ASTALAMOLEIKUM MUCHACHOS! Herzlich willkommen zurück und supergeil, dass wir eingeschaltet haben zu Rainbow Sixie! Drink auf Kaffee Dostoevsky unterwegs zusammen mit Mabossa Hallihallo Hallihallo, jawoll! Jetzt aber keine Kaffeezeit, jetzt ist Ballerzeit und ich weiß nicht was ich nehmen soll Ballerzeit, wobei ich immer noch meinen Kaffee trinke Ah, Bahnmuseum Ah, oh Ich wollte eigentlich Leschen picken und Zigarren Lounge gehen, aber dann habe ich gesehen, es haben zu viele Leute Bahnmuseum gepickt Das wird nix, aber erstmal aus meiner schönen goldenen Fick-Meiner-Tasse ein Schlückchen Kaffee Oh Bon Risse! Bon Risse! Das darf nicht fehlen hier, muchachos So, ich werde diesmal auch hart versuchen, einen Bitch hinzubekommen Okay Und zwar natürlich vorne raus Richtung Flussufer Ja Ob das klappt, das ist immer so ein bisschen schwierig mit dem Ding Ja übrigens gerade muchachos, Marvin und ich haben unsere Empfindlichkeit immer wieder ein bisschen angepasst Ich habe tatsächlich jetzt auch nach unten geschoben ein wenig Wir wollten mal sehen, wie wir damit klarkommen Ich habe meine Bewegung, beziehungsweise meine Empfindlichkeit ungeaimt nicht erhöht Allerdings habe ich jetzt, wenn ich Ziele eine höhere Eine höhere Empfindlichkeit Eine geringe Empfindlichkeit So, dass ich quasi langsamer bin hier beim Zielen Da haben wir natürlich auch Naua! Und da gibt's schon den ersten Hitshot! Asi-Spot! Christy Grazi-Spot Spott! Aber ich bin zufrieden Das glaube ich Der hat sich wieder abgeseilt, kommt jetzt unten Ich würde gerne raus bitchen Dann hat die Bakery irgendwelche coolen Camps Ah! Soll ich zu dir rotieren? Soll ich zu dir rotieren? Scheiße! Ah! Ja! Also hier kommen vermutlich zwei Leute Twitch und noch irgendwer ist da Ja Es ist jemand drinnen Ich werde gleich zu dir kommen Bakery is free Jemand ist der erstens jetzt glaube ich Ok, oben ist jemand Ich rotiere nach oben Baby! Bin mir sehr sicher, er ist Jetzt ist der auf den Stairs Digga! Jetzt keiner auf den Stairs Alter, der Sound ist so weird in Rainbow Oh! Passt tot, diese vier, die sind unten im Kamin Sie haben ihre Versuche Oh! Ok! Und dann! Alter, was ist das für Sounds die ganze Zeit gehört? Entweder der ist abgehauen, während ich zur Treppe hingegangen bin Oder der war die ganze Zeit irgendwo unten Es kann auch sein Die Sounds könnten auch aus dem Leseraum gekommen sein Das ist immer schwierig bei Rainbow Six mit den Sounds Das ist echt schwierig Also muss ich jetzt erstmal ordentlich einspielen Mit neuer Maus Sensitivität Aber zwei Assists hast du ja immerhin Lol, hab ich? Ähm, ja Oh! Achso, Kapkan, ne? Ja, 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 ja Die gute Seite von Kapkan Wenn man nicht aimen kann, dann sind immer noch die Fallen da Ähm, Termite nehm ich Aber ja, Mochatsch ist natürlich Wenn man aimt und dann viel langsamer ist als vorher Ist natürlich ne krasse Umstellung Muss man erstmal reinkommen Ja Unser Teammate hat am Anfang der Runde schon gesagt Dass er für 5 Minuten weg sein wird Also mal wieder ein 4 vs 5 Derzeit läuft es ja noch ganz gut Ich hoffe das geht so weiter Wir haben Bug gepickt für Bahnhofsmuseum Also war er doch gesagt die letzte Runde schon Dass er äh Oder war letzte Runde auch schon nicht da Ja, aber ich glaube der war letzte Runde Valkyrie Kann das sein? Hat einfach nur die Valkyrie-Camps platziert Und war dann Ciao So Okay Ja Jetzt ist er Recruit Und äh Ist immer noch Ciao Okay die haben Mira Wollen wir hoffen Das heißt die werden Die klassischen Spots da auswählen Deswegen Die werden wir oben öffnen Nach oben Bakery is free Bakery immer noch free Kommt keiner rausgebitscht Na schön Da wollte ich ihm gar nicht davor laufen Das habe ich ein bisschen Eskant gefunden Nicht in die vorne auf Weil der auch Lol Der Dude will eiskalt auch da rausbitchen Wo ich rausgebucht habe Hier unter mir ist sie glaube ich gerade Achso meine Drohne ist ja down Wie sieht es aus im Zigarrenloge? Meine Drohne sind immer noch Bakery Kann ich dir nicht sagen Kann ich dir nicht sagen Komm nochmal Leider auch nicht rein sprengen Denn erstens Äh Dann schlechte Dessen Linkloppen liegen Und zweitens weiß es Der Linkloppen liegen Und zweitens weiß es Der Linkloppen ist Wow War da jemand Ja Ela war da Ich glaube von da kommt auch was Das sind Steps die wir machen Ja Ich habe da auch Steps gehört Dock is down Echo hat mich fast gekillt Aber nicht ganz Kriege ich den Echo jetzt Ich bin der Meinung Er ist gerade ein scheiß Zug gelaufen Okay Okay Oh und da? Echo ist im Zug Wow Echo ist im Zug Ich weiß aber nicht wo da Schaffst du es den Dubio zu übernehmen? Versuche ich gerade Ich habe ihn Ich habe den Echo Wo war er? Hinter mir Ja Habe ich ja in die richtige Richtung aufgepasst Nicht viel gemacht Aber nicht gestorben Puh Muchachos Es läuft Auch wenn unser Kollege nicht da ist Der letzte Ah der Er schreibt sorry er ist wieder da Alles easy Jetzt lass uns doch Zigarren launch gehen Habe ich gepickt Mit Lesion Super sexy Muchachos das läuft doch Wie geschmiert hier Wie geschmiert Am besten Noch Oh ich könnte sogar Wenn jetzt gewinnt Nächste Runde gewinnt IQ Elite skin Oh Oh Habe ich mir abgewöhnt Ich mache einen Durchgang Und verstärke hier natürlich Ich will Drohnen haben Geben Sie mir Drohnen Zack Ich will euch nicht abknallen Hab ich Oh Scheiße Leute kommen wir nicht raus Hast du Oh Scheiße Ich habe noch was Kann jemand Äh Open Ich habe es zu klein Ich habe es zu klein Danke Wurde hier entdeckt Hier irgendwo ist noch eine Drohne Ja ich habe auch gerade eine Drohne noch irgendwo reinfahren können Ich mache hierzu Und ich mache hierzu Und dann mache ich Hier ist noch mal Hier ist noch mal Hier unten wurden Züger raufgeschlagen hier Das heißt die könnten jetzt hier die Stairs raufkommen Was Was Nein Da habe ich die ganze Zeit hingekriegt Das war ein Headshot Sehr schön Wow Westfenster ist noch Westfenster 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 Achso du bist weg Oben läuft was lang Alter Schwede Schuhen wir ihn runter Draußen vor dem Balkon war der Black deal Unten kam gerade eine Drohne runter Ja Ich habe Ich habe Der ist der ist One on Skylight Ich bin hier in der Cam Ich fach unten auf Feindliche Drohne geht zum Scannen in Position Oh Baby Komm schon spring 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 Da hängt jemand noch Nein Einer ist unten Der ist unten Rettet mich Rettet mich Nein Oh nein Oh nein Ich habe ihn noch sogar markiert Ich habe keinen Plan wo der her kam Alter Der kam auf einmal irgendwie Gefühlt aus der Bar raus gelaufen Und der Smoke schießt mit der Pumpgun Anstatt mit seiner fucking MP Oh nein Ich habe noch meine Frost Traps Ja Oh fuck Der sollte ruhig da rüberspringen Nein Das war so schlecht Alter Das war so schlecht Oh ok Jetzt wieder böse werden Man hat die da vorher Also die Weltkriege hat die vorher schon peaken sehen Und kriegt trotzdem weiter in die Richtung Das war nicht schlau Schade schade Das Ding ist Das wir jetzt wieder nicht mehr IQ sehen werden Es sei denn wir verlieren nochmal Das hoffen wir natürlich nicht Das hoffen wir natürlich nicht Ich hätte jetzt Angst dass sie Küche gehen Thatcher Ja ich nehme am besten Thatcher wenn sie Küche gehen werden Oder könnten Ok weiter gehts Schade Dumm gelaufen Aber so ist das nunmal Kann man nicht machen Kann man nichts machen Ich habe zwar immer noch keinen Plan wie der Lion dahin gekommen ist Wo er war Aber Ich glaube er ist gedroppt Ich habe eigentlich So ziemlich durchgehend zum Skylight hingeaimt Der kann nicht gedroppt sein Wer Ich vermute dass er über Red hochkam und dann in die Bar gelaufen ist Wir sind wie der Bahnhofsmuseum Ok Ist schon Oh ja hier oben ist schon was Weihnachtsmarkt Dann stecke ich meine Drohne erstmal Ok ist wieder weg Ja Weihnachtsmarkt muss ich auch noch Acquery is free Hier Immer noch free Immer noch keiner Ja Ok ist free Das war random Also glaube ich zumindest Oben ist niemand Wie man Ne Wir brauchen jetzt alle Tridge oder Turma jetzt zum Clear Ja Ich checke kurz nochmal Ja Segar Lounge Ist clear Die Ecke da hinten ist auch clear Mal schnell hinter der Bar gucken Da gibt es auch gerne mal was Aber ist auch clear Segar Lounge clear Segar Lounge clear Bar seems to be clear too Ok sieht so aus als könnte man hier easy alles aufmachen Oh da haben wir sogar einen Oh da haben wir sogar einen Oh da haben wir sogar einen Loll Wo denn Der ist im Digga Sag schnell call Verdammt wieder so randeln Schimm die man Im Wienzimmer Digga Andersrum Kommen wir Der war da noch Jetzt kommt da anders rum Jetzt kommt da anders rum Jetzt kommt da anders rum Ja War noch nicht Die random Ok War aber auch nicht schlau von mir War nicht schlau von mir Haa Wollen wir vielleicht Küche gehen Ah ne Jetzt nochmal Zigarre Lounge Ich fände beides in Ordnung Ist mir egal Wie du willst Ja wenn dann Lass ruhig Zigarre Wollen die ja auch Ok Diesmal ein bisschen besser defen Ich muss meine Traps ein bisschen besser verteilen glaube ich Ok Ok Diesmal wird keinen Doch gut haben wir dir dabei Das ist geclosed Das laufen schon mal gut Wo soll ich hingehen mit Tavia Ich glaube ich geh nach unten hin Die sitzen Die sitzen auch unten durch Du kannst Ja du könntest dich theoretisch ja In Im Weselsaal verstecken Die sind da Eben an von draußen reine gekommen Die Drohne hat gerade hart geleckt Hier ist irgendwo noch einer Das Ding ist hier hinten Glue kann ich erstmal aufpassen Bis ich wieder ne Scheiss Trap habe Weiß ich vermute ich nicht wieder hier dann kommen werden Das ist nicht so schlau Kommen sie unten bei dir rein? Die seien sich da auf jeden Fall auf der Seite Nordseite Drei Blendgranaten Ja ich glaube im Stats Jetzt kommen aber zwei Blendgranaten rein Drei Blendgranaten Bisher sieht es hier aber noch gut aus. Nichts. Könnte schauen ob ich da raus bitche. Ostseite. Oh nein hier kommt ein Schild. Monty, Monty on white stairs. Ok ich komme. Ich habe keinen. Monty, Monty over here. Hab ich. LOL. Was lol? Ist eigentlich meiner aber egal. Wollte er sich gerade den Darnl rausziehen oder was? Ok. Da ist mein Lesion Trap getreten. Vorsicht auf der Seite an der Wand ist auch irgendwo was. Also auf der Südseitenwand. Am Fenster. Wie ist ein Trap hier irgendwo? Hier ist jemand in Rot. jemand in Rot. Er hat da hinten einen Lesion Trap ausgelöst. gut. Sorry. Sorry dude. Das war ich. Ich bin nicht. Ich bin nicht MVP geworden. Ich bin nicht MVP geworden. Aber. bei E-Verteidigerseite. Schönes Game. What the fuck? Das Game war nicht so gut. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich den Kill vielleicht noch kriegen kann. Dann wäre ich sogar noch Erster geworden glaube ich. Das ging ganz gut. Aber lief echt gut. Gucken wir mal. Alpha Pack. Ich bin mittlerweile schon bei 55% oder so. Oh. Oder sogar 58% irgendwie sowas. Lass uns mal sehen. 3,3%. Deko will ein Alpha Pack. 58,5%. Leider nein. Und hat geklappt. Alpha Pack. Oh sehr schön. In meine Tasche. Wurde aber auch Zeit würde ich sagen. Botschaftswürdig gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Nächstes Mal sehen wir uns wieder. IQ Elite Skin MVP Animation steht immer auf dem Programm. Bis zum nächsten Mal reingehauen. Bye bye. Ciao, ciao.